Ja? 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 Heezwerge, 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 Ho! Heezwerge, Heezwerge, Ho! Also, die Brücke muss weg. Sie ist der einzige Zugang. Ich erwarte von euch konstruktive Vorschläge. Also, ich hätte ja schon immer... Hey Jungs, das ist doch gar kein Problem. Das geht doch ratzfatz. Dann nehme ich zack, zack meinen Nitroglycerin-Cocktail und... Weg ist er! So wie damals. Ihr wisst doch noch. Der große Fisch zu... Nein. Na, 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 na. Na, 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 na. Am Mischungsverhältnis muss ich noch ein bisschen arbeiten. Also, ich fand's lustig. Claudi, jetzt hör mal auf hier den kleinen Bubi zu schlagen. Das ist immer noch mein Part.